Richtig, hier geht's weiter. Ja, da ist das Super Junction. Das sieht aber nicht aus wie Abfallbeseitigung. So, ich bin jetzt auch wieder drin. Da vorne ist Super Junction. Ich brauche was zum Trinken, weil es in real life. Und deswegen würde ich mal sagen, an den drei kleinen Bürgten halten wir uns fest und warten mal ganz kurz auf mich, bis ich mein Getränk wieder habe. Ich habe extra getrunken. Das dauert 10 Sekunden, ich bin gleich wieder da. Ich trinke Fantastisches. Ich habe extra getrunken. Wie normal was. Oh ja. 3, 2, 1, 10 Sekunden. 1. So. Hier mal schnell Werbung für Saskia Classic Jessen Quelle machen. Ähm, denn die schmeckt wirklich gut. Trinkst du auch, dieses blaue? Ja, ja. Da ist er! Saskia Quelle Jessen. Lecker Lidlwasser. Oh scheiße. Hört ihr mich? Nein. Das ist mein Knodachplacement. Den habe ich gebraucht, ich weiß es nicht. Werden wir hinterher in mir Let's Play sehen. Richtig. Bau einfach einen kleinen Counter ein. Ich muss aber noch aufschrauben, scheiße. Wir hatten in der Zeit eine kleine Werbepause. Gleich einen Countdown. Wartet auf mich, ich muss wieder sprinten, ey. Jetzt der Final Countdown. Auf jeden Fall gibt es wieder ein Einkaufszentrum. So ein kleines. Direkt dir der Penner. Wo ist der Zombie? Da ist er. Ah. Wollen wir uns aufspritten, schnell alles durchsuchen, dann geht es schneller. Ich meine. Na, weh. Immer so einen Gänsemarsch. Dip, 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 dip. Ja gut, klar. Ich und ich gehen los. Wir sollten schon nicht allein die ganze Neuse dazu ausräumen. Maxi, ich verfolge dir. Ich habe eine Tasche dabei. Ich mache schon keine Aufmerksamkeit hier. Komm, wir fangen einfach auf der rechten Seite an. Schaut mal nicht auf den Arsch. Da drüben ist einer, da drüben ist einer. Wer mich schlägt, der stirbt. Ich sage es euch. Ich habe da keinen Spaß. Aber ich habe vor allem auch gemacht. Ich habe einfach jemanden geschlagen und dann war es leider einfach. Okay, wir kommen auf jeden Fall rein. Ja, das war das Problem bei dir, ne? Oh, ich glaube, wir haben auch ein Zombie irgendwo. Ich glaube, da im Haus sind auch ein Zombie, ja. Sag mal, Bub, bist du auf der rechten oder auf der leeren Seite? Ich bin links von der Straße. Das heißt, wir sind jetzt zu dritt unterwegs hier. Oder vorne haben wir in den Zombie. Ich glaube, ich habe etwas zu essen gefunden. Dave, mach das schon. Der Lenz sind auf Mehl und eine Dose. Dave, wir gehen der Weih ins Haus. Richtig, wir gehen einfach außen rum. Oh, Leute, nicht schnell laufen. Hier sind Zombies, passt auf. Ich habe jemanden bei mir im Haus. Gibt es hier auch irgendwie eine Tür oder so? Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht, ne. Doch, da. Ah, Zombies von hinten. Ich renne vorbei. Oh, da ist was. Ja, fuck. Sag mal, eure E-Taste ist irgendwie schneller als meine. Ich halte immer gedrückt, wenn ich auf etwas zulaufe. Oh, das ist ja ein Klaas. Du Pennergesicht. Du Pennergesicht, du. Ich brauche dich jetzt. Ja, okay. Das ist nicht gewesen, ich bin safe. Komm, ich gehe mal weiter nach rechts. Komm, ich gehe mal weiter. Das war nicht ich. Nur Bandages und... Oh, es geht nach links. Oh, hier ist ein Hammer, Leute. Wenn jemand noch einen Hammer braucht... Was ist das da? Das bin ich. Achso. Das bin ich. Oh, das... Also der Supermarkt ist leider gespritt leer. Da war wohl jemand vor kurzem. Hey, dann gehen wir einfach mal in das Haus da drüben. Das sieht aus, als ob es offen wäre. Warum sitzen da immer so wenig Zombies hier? Ewigkeiten waren es zu viele, jetzt sind es zu wenige. Haben sie die Zombies gefickt? Ist das zu wenige geworden? Ja, also wenn Brugger sagt, der Supermarkt ist leer, es war wohl vor kurzem jemand hier. Vielleicht war das eine Gruppe mit Maschinengewehren, die alles mal ein bisschen aufgeräumt hat. Richtig, dann sind wir glücklich darüber, dass sie nicht mit uns zusammen hier sind. Und gleich, wenn wir hier stehen und Pause machen, spawnen die alle neu genau hinter uns. Ja, genau. Und dann haben wir erstmal mal ein Song gesammelt. Richtig. Dann habt ihr eure Action? Ne, und ja nicht unmittelbar vor anderem, glaube ich. Weiß man nicht. Ich würde ruhig mal in der Tür offen sein. Ich war's angelockt. Kümmert ihr euch mal drum. Ihr macht das schon. Ja, ja, ja. Pass auf so. Ja, vom Aufbau sind diese Häuser alle gleich. Der Black Mask liegt hier. Äh, da ist nichts da, keine Heilung, nix. Die haben alles gepündert, Leute. Ey, das ist wirklich überhaupt nichts. Obwohl das fängt, das haben sie ja vergessen. Es sei denn, das wurde neu gespawnt. Oh fuck. Hä? Bevor ich auf einen von euch schlag. Nein, ich bin tot. Meine Sachen liegen noch rum, wenn ihr wollt, bedient euch ein paar Pan-Killers, ansonsten nur Taschenlampen und Masken. Ich krieg erst mal ein, ey. Scheiße ist. Okay, das ist jetzt gerade echt ein bisschen Dreck. Oh Mann. Wie ist auch eigentlich wie die Ratten hier. Alles weggeblündert. Warte, ich hab hier noch was. Von mir war's das auch schon wieder von der Aufnahme. Ja, würde ich sagen, machen wir alle mal einen Cut hier. Naja gut, ein paar Minuten würde ich noch laufen lassen. Ich hab ja auch ein paar Minuten zwischendurch, die du halt nicht hast, weil du vorspulst. Von daher passt das. Also hier ist der nächste. Ich verabschiede mich hier und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in einer anderen Großstadt. Vor allem auch, weil die jetzige war ja doch relativ noch sehr zombie. Ja, würde ich sagen, erst mal mal aufs Airfield, oder? Wir gehen erst mal aufs Airfield, ja. Richtig, gut. Dann tags aber wieder. Ich glaub, wir suchen uns jetzt mal ein Häuschen hier. Nehmen uns die einzelne Frau, die wir noch haben. Und dann verabschieden wir uns. Ich lösche mal meine Lune. Ich versuche, den Fortenstand zu sichern. Genau. Ich melde mich freiwillig. Warum haben wir hier die Frau gewählt? Es gibt auf jeden Fall einige Sachen hier. Schade. Der haut nicht. Wir dürfen nicht auf ein Zombie gehen. Fraps, Movies? Ach du Kacke, Moment. Du hast mir einen Fraps aufgenommen. Ne, ich hab einen Ordner, da ist Fraps, Movies. Ey, das Interest und Ordner ist voll für den Arsch. Nehmen die X-Tory auf. Ich hab jetzt gerade mal eine halbe Stunde, da muss ich irgendwie gucken, dass ich nicht so viel kürze. Verdammt. Gruber, du hast was angelockt. Ja, ich weiß, mit Absicht. Da ist noch einer auf der Straße. Insgesamt eine Stunde und 24 Minuten, die ich jetzt aufgenommen habe. Das reicht auf jeden Fall für drei Parts. Ich hab einmal 26, dann nochmal 38 Minuten und dann nochmal 30 jetzt. Aber ich werde das irgendwie durchschnitteln. Wie wäre es, wenn wir uns im Supermarkt alle auslocken? Ne, 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 ne. Das ist eine ganz schlechte Idee. Oh ja. Ja, Supermarkt ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Lieber irgendwo im Wald, weißt du, als im Supermarkt. Da lockt nämlich einer ein, wird abgeknallt, weißt du. Das war nämlich vorhin auch in dem Haus so. Wir waren im obersten Stockwerk, haben gedacht so, ah cool, da kommt keiner. Ah, ah, Arschleck. Der eine, Brugger wurde direkt in den Rücken geschossen und, äh, ja. Oh, oh. Schummel aus der Konfie raus jetzt. Okay. Wir sehen uns dann definitiv später nochmal, okay? Was ein Wichser, ist der das? MVP? Ne. Okay. Okay, ich lebe noch. Wir sind schon wieder tot, oder? Ich lebe noch, ich lebe noch. Scheiße, ist, na klar, ey, klasse. Wer von euch lebt noch? Ich bin vorher gestorben. Keine Ahnung. Wer von euch lebt noch? Ich lebe noch. Wer bist du? Ich bin, ich bin wechs. Ich bin, äh, oh, stimmt. Das war knapp. Das war extrem knapp. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, das war, das war ein, das war ein, das war ein, der ist halt am Supermarkt. Holt ihn euch, der kommt gerade raus. Ich seh nicht. Shit. Die sind im Supermarkt. Hä, da war ich vorhin drin, ich hab niemand gesehen. Ja, der war eben da drin, der Penner. Ah, er hat ein Bengalo rausgebrochen, um mich zu sehen. War der auch tot, oder was? Klasse. Oh, weg geschossen. Das bin ich. Okay, gut. Versuch ihn zu töten. Ich versuche es. Ich bin neben dem Supermarkt. Ich versuche ihn mal rauszulocken, oder so. Also ans Fenster zu locken. Wer ist gerade rausgegangen an der Seite, glaube ich. Der verpisst sich, der hat Schiss. Macht ihn tot. Oder er kommt von hinten. Irgendwer läuft hier oben. Oh shit. Der ist, fuck, der ist ja drin. Der ist drin. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Okay, okay. Okay. Shit. Aber ich bin so gut wie tot. Ich bin auch so gut wie tot. Ich habe auch gar nichts mehr. Oh fuck. Dann ist es so weg. Okay. Der kommt aber nach vorne. Vorne? Oh, ich sehe überhaupt nichts. Der ist so dunkel. Es ist so dunkel jetzt, wenn man so stirbt, ne? Ja. Solche Assis, die verstecken sich hinter irgendwelchen Regalen. Also ich bin gerade froh, dass ich das noch aufnehme. Das wird wahrscheinlich mein Tod, aber was für ein schönes Video. Ja, das ist echt schön. Ich habe noch 13 Schuss, Mann. Oh, der ist raus, der ist raus, der ist raus. Hast ihn? Er ist wieder rein. Das sind zwei. Eine mit Pumpkin und eine so. Einer ist auf jeden Fall tot hier vorne. Ja, Leute, das wird aber auch mal hier mein Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber ich habe keine Modulation mehr, also scheiß drauf. Macht's gut.